Au! Der neue Burgerladen macht gleich auf. Wenn wir Gas geben, sind wir die Ersten. Ich habe zwei Mägen. Einen für Cheeseburger und einen für alles andere. Verdammt! Moment mal! Stau in Hot Wheels City? Was geht hier vor sich? Ah, mein armer zweiter Magen. Burger! Irgendwas stimmt hier nicht. Sobald die Viper bereit ist, geht die Show los. Was war das? Ich habe nichts gesagt. Doch, haben Sie Viper, Showtime und los. Wie auch immer, du bist jedenfalls keine Achtermann. Ich bin raus hier. Ja! Ja! Wir müssen irgendwie diese Viper aufhalten. Und zwar sofort. Wir sollten am Schwanz beginnen und uns dann hocharbeiten. Neue Nachrichten! Die Stadtbrücke hat sich in eine Robo-Viper verwandelt. Das war der einzige Weg zum Hamburgerladen. Ähm, Viper? Danke sehr. Schön ebene Strecke hier, muss man sagen. Das ist unsere Chance. Warte einfach nur, bis ich... Ah, ah! Oh nein! Nein! Ein riesiger Burger! Leider... Leider nicht echt. Sie ist zu schnell! Ich lenke sie ab. Wenn sie mich angreift, machst du sie kalt. Ich tu das für alle inhaftierten Burger weltweit. Sie sollen frei sein! Hier drüben, Viper! Guckt mich an! Ich bin auch gar nicht zur Ablenkung hier! Freiheit für die Bürger! Der Plan hat perfekt funktioniert, kleiner Bruder. Außer, dass wir auf der falschen Seite der Brücke sind. Was wollt ihr jetzt machen? Übers Wasser fahren? Nicht euer Ernst! Ah, vergisst es einfach! Ich komme mit meinen Freunden wieder! Dieser Laden wird untergehen! Das verspreche ich euch! Von welchen Freunden redet er denn? Er hat doch gar keine Freunde! Chase und Elliot haben die Stadt gerettet! Mal wieder! Irgendwie! Der Hamburgerladen feiert große Wiedereröffnung! Oh nein! Die neue Fährverbindung ist da! Achtung! Ups! Sorry Leute! Das Bremsen sollte ich wohl nochmal üben! Hoffentlich hast du Hunger, denn du wirst meinen Staub fressen! Das Einzige, was ich esse, ist Eiscreme! Du verstehst nicht, warum sie dich immer besiegen? Rollschuhe! Echt jetzt? Was ist daran so komisch? Ihr habt keine Chance gegen Hot Wheels! Moment mal! Idee! Was denn? Es geht nach Wissen! Dein Problem, Sharky! Ich werde einfach die Kraft der Hot Wheels übertragen! Das kann schon schief gehen! Robomonster! 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 Alle drei zusammen! Komm, kleiner Bruder. Tolles neues Auto. Robo-Hai! Womit wird der nur gefüttert? Hey, wir haben unser Bestes gegeben. Lass uns hier verschwinden. Ihr könnt wohl etwas Unterstützung aus dem Wasser gebrauchen. Du kannst Gedanken lesen. Hat das Ding eine Bremse? Achtung, es wird nass. Hey, gratis Autowäsche. Konzentriert euch. Wir haben nur zwei Versuche. Ich habe so auf 20 gehofft. Und tschüss, Chase und Elliot. Mehr Popcorn. Rammt seine Rückenflosse. Lenkt ihn ab und dann jagt ihn. Macht sie alle platt. Ich weiß nicht so recht. Ich sollte ihn lieber eignen. Das ist jetzt unser Schicksal, Jungs. Hopp, hopp, hopp! Oh, nicht teils! Juhu! Es ist heiß hier drin. Zum Glück steht mir weiß. Der Robohai hat Sensoren. Du musst von den Wellen abprallen, Chase. Ich tue alles für meinen Bruder. Eiswagen 1, Robohai 0. Das war aber kalt. Was zur... Ich mache sonst nie Reklamationen. Reut euch nicht zu früh. Es geht gerade jetzt los! Was? So lief das doch gar nicht ab. Ich war doch dabei. Neue Nachrichten. Wir waren auch dabei. Und es lief genau so ab. Deshalb hat Hot Wheels City entschieden, Chase und Elliot diese Mega-City-Park-Garage zu spendieren. Mann, ist der Kaffee heiß. Unglaublich! Ich glaub's. Trotzdem unglaublich. Unglaublich! Wo ist meine Garage? Ohne meine Robo-Monster hättet ihr gar nichts zu feiern. Voll tanken, bitte! Okay! Schauen wir mal, wie hoch das Ding wirklich ist. Hoffentlich nicht so hoch. Ich habe Höhenangst. Ich kann es kaum erwarten, Ihre Gesichter zu sehen, wenn Sie diesen Typen sehen. Naja, nicht exakt diesen Typen, sondern diesen Typen als Roboter. Krone bereit. Die Kraft der Hot Wheels. Bereit. Gaspedal bereit. Lichtschalter bereit. Strom bereit. Viel Strom. Bereit. Schaut euch diesen Typen an. Los jetzt! Geh raus und zerstöre! Juhu! 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 Zeit zu verschwinden! Oh Mann, wir brauchen größere Autos. Jetzt sind wir in Sicherheit, oder? Ein Parkhaus kann er wohl kaum hochklettern. Juhu! Der Hot Wheels-Scale-Transporter. Perfekt! Wow, und ich nehme den Aeropods. Wir müssen schneller machen, kleiner Bruder. Ich bin dicht hinter dir. Oh nein! Chase! Lass ihn raus, du überdimensionierter Föhn! Wir reden nie mehr darüber. Oh, wie ich auf diesen Tag gewartet habe. So etwas wie dich hat diese Stadt noch nie gesehen. Noch! Ich habe mich verschluckt. Okay, Zeit, einen Zahn zuzulegen. Als ob du noch Reserven hättest. Wow! Was? Bis nach Hause nur noch einspurig, Brüderchen. Bleibt mal wieder nur Platz zweifelig. Verfliegen! Pass mal auf! Wow! Bis später! Neue Nachrichten! Hot Wheels-City hat Chase und Elliot gerade die Stunt-Garage geschenkt. Juhu! Das ist genial, Mann! Oh nein, ich habe die Kontrolle verloren! Ich werde sterben! Oh, ich stehe. Hast du gesehen? Wir haben eine Stunt-Garage. Ich weiß. Das ist unser Jahr, Bruder. Eindeutig. Vorhang auf für den Untergang von Hot Wheels-City! Verdammt! Der Senf! Dabei habe ich es extra noch aufgeschrieben. Unsere eigene Stunt-Garage. Wow! Warte mal, hast du das gehört? Ich habe nichts gehört. Ich lecker an all die Stunts, die ich jetzt machen kann. Ah, von mir aus gerne. Oh, Bubble Manic! Was war das? Das waren die Seifenblasen. Du siehst komisch aus. Das sollten wir uns wohl näher anschauen. Ein Robo-Drafe. Echt? Ein Robo-T-Rex war wohl nicht schlimm genug. Okay. Lene! Wartet doch. Wir können das Robo-Monster besiegen. Wer ist dabei? Bürger von Hot Wheels-City! Lasst uns zehn Planitäten und gemeinsam diesen Robo-Monster besiegen! Oh, yeah! Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ihr werdet zerquetscht werden, wie ihr wollt. Lasst mich das machen. Ich schaffe das alleine. Von mir aus? Mach sie fertig! Hop, hop, hop! Ja! Nein, nein, nein! Hop, hop, hop! Nein, 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 nein! Mal sehen, wie das aus Robo-Sicht aussieht! Nein, 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 nein! Uh, okay! Hey, daran muss ich mich erst gewöhnen. Diese Batterie zwischen seinen Flügeln. Das muss seine Schwachstelle sein. Stelle senkrecht auf. Ich hab ne Idee. Elliot, du hast nur einen Versuch. Oh, so ist Chase leicht dabei. Leute, hol ihn dir. Okay, das mach ich nie mehr. Bereit? Los! Ich ziele genau auf seine Energiequelle. Was ist hier los? Hey, hey, schau mal, ich bin im Fernsehen. Moment mal. An die Ersatzbatterie hab ich nicht gedacht. Das hier hätte ganz anders ausgehen sollen. Meine Beine plattern im Wind. Die sehen wie kleine Lenkdraffen auf. Okay, als du erst bei der Stuntgarage bist. Der neue Burgerladen macht gleich auf. Wenn wir Gas geben, sind wir die Ersten. Ich habe zwei Mägen. Einen für Cheeseburger und einen für alles andere. Verdammt. Moment mal. Stau in Hot Wheels City? Was geht hier vor sich? Mein armer zweiter Magen. Mh, Burger. Irgendwas stimmt hier nicht. Sobald die Viper bereit ist, geht die Show los. Äh, was war das? Ich hab nichts gesagt. Doch, haben sie. Viper, Showtime. Und los. Wie auch immer, du bist jedenfalls kein Achtermann. Ich bin raus hier. Ja. Ja. Wir müssen irgendwie diese Viper aufhalten. Und zwar sofort. Wir sollten am Schwanz beginnen und uns dann hocharbeiten. Neue Nachrichten. Die Stadtbrücke hat sich in eine Robo-Viper verwandelt. Das war der einzige Weg zum Hamburgerladen. Ähm, Viper? Danke sehr. Schön ebene Strecke hier, muss man sagen. Das ist unsere Chance. Warte einfach nur, bis ich... Ah! Oh nein! Ein riesiger Burger. Leider nicht echt. Sie ist zu schnell. Ich lenke sie ab. Wenn sie mich angreift, machst du sie kalt. Ich tu das für alle inhaftierten Burger weltweit. Sie sollen frei sein. Hier drüben, Viper. Guck mich an. Ich bin auch gar nicht zur Ablenkung hier. Freiheit für die Burger. Freiheit für die Burger. Nicht euer Herz. Ah, vergesst es einfach. Ich komme mit meinen Freunden wieder. Dieser Laden wird untergehen. Das verspreche ich euch. Von welchen Freunden redet er denn? Er hat doch gar keine Freunde. Chase und Elliot haben die Stadt gerettet. Mal wieder. Irgendwie. Der Hamburgerladen feiert große Wiedereröffnung. Oh nein! Die neue Fährverbindung ist da. Achtung! Ups! Sorry, Leute. Das Bremsen sollte ich wohl nochmal üben. Hoffentlich hast du Hunger, denn du wirst meinen Staub fressen. Das Einzige, was ich esse, ist Eis-Creme. Du verstehst nicht, warum sie dich immer besiegen? Rollschuhe. Echt jetzt? Was ist daran so komisch? Ihr habt keine Chance gegen Hot Wheels. Moment mal. Idee! Was denn? Es geht nach Wissen. Dein Problem, Sharky. Ich werde einfach die Kraft der Hot Wheels übertragen. Das kann schon schief gehen. Hahahaha! Hahahaha! Robo-Monster! Hahahaha! Oh, Erdbeere! Schokolade! Alle drei zusammen! Komm, kleiner Bruder. Tolles neues Auto! Robo-Hai! Robo-Hai! Womit wird der nur gefüttert? Hey, wir haben unser Bestes gegeben. Lass uns hier verschwinden. Ihr könnt wohl etwas Unterstützung aus dem Wasser gebrauchen. Du kannst Gedanken lesen. Hat das Ding ne Bremse? Achtung, es wird nass. Hey, gratis Autowäsche. Konzentriert euch. Wir haben nur zwei Versuche. Ich habe so auf 20 gehofft. Und tschüss, Chase und Elliot. Mehr Hop-Kon. Rammt seine Rückenflosse. Lenkt ihn ab und dann jagt ihn. Macht sie alle platt. Ich weiß nicht so recht. Ich sollte ihn lieber eignen. Das ist jetzt unser Schicksal, Jungs. Hopp, hopp, hopp. Nicht heiß. Es ist heiß hier drin. Zum Glück steht mir was. Der Robohai hat Sensoren. Du musst von den Wellen abprallen, Chase. Ich tue alles für meinen Bruder. Eiswagen 1, Robohai 0. Das war aber kalt. Was zur. Ich mache sonst nie Reklamationen. Reut euch nicht zu früh. Es geht gerade los. Was? So lief das doch gar nicht ab. Ich war doch dabei. Neue Nachrichten. Wir waren auch dabei. Und es lief genau so ab. Deshalb hat Hot Wheels City entschieden, Chase und Elliot diese Mega-City-Park-Garage zu spendieren. Man, ist der Kaffee heiß. Unglaublich. Ich glaub's. Trotzdem unglaublich. Unglaublich. Wo ist meine Garage? Ohne meine Robo-Monster hättet ihr gar nichts zu feiern. Volltanken, bitte. Okay. Schauen wir mal, wie hoch das Ding sücklich ist. Offenbarlich nicht so hoch. Ich habe Höhenangst. Ich kann es kaum erwarten, ihre Gesichter zu sehen, wenn sie diesen Typen sehen. Naja, nicht exakt diesen Typen, sondern diesen Typen als Roboter. Krone, bereit. Die Kraft der Hot Wheels, bereit. Gaspedal, bereit. Lichtschalter, bereit. Strom, bereit. Bierstrom, ha 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 ha. Bereit. Schaut euch diesen Typen an. Los jetzt. Geh raus und zerstöre. Juhu-huhu. Rapp. Ha 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 ha. Hm? 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 Zeit zu verschwinden. Ja. Ja. Oh Mann, wir brauchen größere Autos. Jetzt sind wir in Sicherheit, oder? Ein Parkhaus kann er wohl kaum hochklettern. Ah ha 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 ha. Der Hot Wheels-Skill-Transporter. Perfekt. Wow, und ich nehme den Aeropod. Wir müssen schneller machen, kleiner Bruder. Wir müssen schneller machen, kleiner Bruder. Aber wenn wir da sein. Wir können nicht mehr machen, kleiner Bruder. Ja. Und ich werde damit machen. Aber das ist so schnell, kleiner Bruder. Und ich habe es nicht mehr. Und ich habe es sehr viele, kleiner Bruder. Oh, wie ich auf diesen Tag gewartet habe. So etwas wie dich hat diese Stadt noch nie gesehen. Noch. Ich hab mich verschluckt. Okay, Zeit, einen Zahn zuzulegen. Als ob du noch Reserven hättest. Wow, was? Bis nach Hause nur noch einspurig, Brüderchen. Bleibt mal wieder nur Platz zweifelig. Von gegen, pass mal auf. Wow. Bis später. Neue Nachrichten. Hot Wheels City hat Chase und Elliot gerade die Stuntgarage geschenkt. Juhu. Das ist der Wialmann. Oh. Oh nein, ich hab die Kontrolle verloren. Ich werde sterben. Oh, ich stehe. Hast du gesehen? Wir haben eine Stuntgarage. Ich weiß. Das ist unser Jahr, Bruder. Eindeutig. Vorhang auf für den Untergang von Hot Wheels City. Ah, verdammt. Der Senf. Dabei hab ich es extra noch aufgeschrieben. Unsere eigene Stuntgarage. Wow. Warte mal. Hast du das gehört? Ich hab nichts gehört. Ich lecker an all die Stunts, die ich jetzt machen kann. Ah, von mir aus gerne. Oh, Bubblematic. Was war das? Das waren die Seifenglasen. Du siehst komisch aus. Das sollten wir uns wohl näher anschauen. Ein Robo-Drache. Echt? Ein Robo-T-Rex war wohl nicht schlimm genug. Okay. Ah. Nee, nee. Wartet doch. Wir können das Robo-Monster besiegen. Wer ist dabei? Das hab ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ihr werdet zerquetscht werden. Wie ihr wollt. Lasst mich das machen. Ich schaffe das alleine. Von mir aus? Mach sie fertig. Hop, hop, hop. Ja. Nein, nein, nein. Hop, hop, hop. Nein, 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 nein. Mal sehen, wie das Haus Robo-Sicht aussieht. Nein, 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 nein. Uh, okay. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Diese Batterie zwischen seinen Flügeln. Das muss seine Schwachstelle sein. Stelle senkrecht auf. Ich hab ne Idee. Hey, Elliot, du hast nur einen Versuch. Oh, so ist Chase leichter Beute. Hol ihn dir! Okay, das mache ich nie mehr. Bereit? Los! Ich ziele genau auf seine Energiequelle. Was ist hier los? Hey, hey, schau mal, ich bin in Fernsehen. Moment mal. An die Ersatzbatterie habe ich nicht gedacht. Das hier hätte ganz anders ausgehen sollen. Meine Beine flattern im Wind. Die sehen wie kleine Lenkdraffen auf. Okay, als du erst bei der Stuntgarage bist. Der neue Burgerladen macht gleich auf. Wenn wir Gas geben, sind wir die Ersten. Ich habe zwei Mägen. Einen für Cheeseburger und einen für alles andere. Verdammt. Moment mal. Stau in Hot Wheels City? Was geht hier vor sich? Mein armer zweiter Magen. Mh, Burger. Irgendwas stimmt hier nicht. Sobald die Viper bereit ist, geht die Show los. Äh, was war das? Ich habe nichts gesagt. Doch, haben sie. Viper, Showtime. Und los. Wie auch immer. Du bist jedenfalls keine Achterbahn. Ich bin raus hier. Ja. 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 Wir müssen irgendwie diese Viper aufhalten. Und zwar sofort. Wir sollten am Schwanz beginnen und uns dann hocharbeiten. Neue Nachrichten. Die Stadtbrücke hat sich in eine Robo-Viper verwandelt. Das war der einzige Weg zum Hamburgerladen. Ähm, Viper? Danke sehr. Schön ebene Strecke hier, muss man sagen. Das ist unsere Chance. Warte einfach nur, bis ich... Ah! Oh nein! Ein riesiger Burger. Leider nicht echt. Sie ist zu schnell. Ich lenke sie ab. Wenn sie mich angreift, machst du sie kalt. Ich tue das für alle inhaftierten Burger weltweit. Sie sollen frei sein. Hier drüben, Viper. Guckt mich an. Ich bin auch gar nicht zur Ablenkung hier. Freiheit für die Burger. Der Plan hat perfekt funktioniert, Kleiner Bruder. Außer, dass wir auf der falschen Seite der Brücke sind. Was wollt ihr jetzt machen? Übers Wasser fahren? Nicht euer Ernst. Vergesst es einfach. Ich komme mit meinen Freunden wieder. Dieser Laden wird untergehen. Das verspreche ich euch. Von welchen Freunden redet er denn? Er hat doch gar keine Freunde. Chase und Elliot haben die Stadt gerettet. Mal wieder. Irgendwie. Der Hamburgerladen feiert große Wieneröffnung. Oh nein. Die neue Fährverbindung ist da. Achtung. Ups. Sorry, Leute. Das Bremsen sollte ich wohl noch mal üben. Hoffentlich hast du Hunger, denn du wirst meinen Staub fressen. Das Einzige, was ich esse, ist Eiscreme. Du verstehst nicht, warum sie dich immer besiegen? Vollschuhe. Echt jetzt? Was ist daran so komisch? Ihr habt keine Chance gegen Hot Wheels. Moment mal. Idee! Was denn? Es geht nach Wissen. Dein Problem, Sharky. Ich werde einfach die Kraft der Hot Wheels übertragen. Das kann ich auch nicht. Das kann ich ein Schieb gehen. Ab receipend. Abheber. Abheber. Oh, Erdbeere, Schokolade, alle drei zusammen. Komm, kleiner Bruder. Tolles neues Auto. Grobo-Hai! Womit wird der nur gefüttert? Hey, wir haben unser Bestes gegeben. Lass uns hier verschwinden. Ihr könnt wohl etwas Unterstützung aus dem Wasser gebrauchen. Du kannst Gedanken lesen. Hat das Ding eine Bremse? Achtung, es wird nass. Hey, gratis Autowäsche. Konzentriert euch. Wir haben nur zwei Versuche. Ich habe so auf 20 gehofft. Und tschüss, Chase und Elliot. Mehr Hop-Kon. Rammt seine Rückenflosse. Lenkt ihn ab und dann jagt ihn. Macht sie alle platt. Ich weiß nicht so recht. Ich sollte ihn lieber eignen. Das ist jetzt unser Schicksal, Jungs. Hopp, hopp, hopp. Nicht teils. Es ist heiß hier drin. Zum Glück steht mir weiß. Der Robo-Hai hat Sensoren. Du musst von den Wellen abprallen, Chase. Ich tue alles für meinen Bruder. Eiswagen 1, Robo-Hai 0. Puh, das war aber kalt. Was zur... Ich mache sonst nie Reklamationen. Räutschein nicht zu früh. Es geht gerade erst los. Was? So lief das doch gar nicht ab. Ich war noch dabei. Neue Nachrichten. Wir waren auch dabei und es lief genau so ab. Deshalb hat Hot Wheels City entschieden, Chase und Elliot diese Mega-City-Park-Arasche zu spendieren. Mann, ist der Kaffee heiß. Ohohohohohoho. Unglaublich. Ich glaub's. Trotzdem unglaublich. Unglaublich. Wo ist meine Garage? Ohne meine Robo-Monster hättet ihr gar nichts zu feiern. Vollkranken, bitte. Okay. Schauen wir mal, wie hoch das Ding wirklich ist. Hoffentlich nicht so hoch. Ich habe Höhenangst. Ich kann es kaum erwarten, Ihre Gesichter zu sehen, wenn Sie diesen Typen sehen. Naja, nicht exakt diesen Typen, sondern diesen Typen als Roboter. Krone bereit. Die Kraft der Hot Wheels. Bereit. Gaspedal bereit. Lichtschalter. Bereit. Strom bereit. Bierstrom. Bereit. Schaut euch diesen Typen an. Los jetzt. Geh raus und zerstöre. Juhuhoho. Zeit zu verschwinden. Oh Mann. Wir brauchen größere Autos. Jetzt sind wir in Sicherheit, oder? Ein Parkhaus kann er wohl kaum hochklettern. Der Hot Wheels Geldtransporter. Perfekt. Wow. Und ich nehme den Aeroport. Wir müssen schneller machen, kleiner Bruder. Ich bin dicht hinter dir. Oh nein. Schafe. Lass ihn raus, du überdimensionierter Föhn. Wir reden nie mehr darüber. Oh, wie ich auf diesen Tag gewartet habe. So etwas wie dich hat diese Stadt noch nie gesehen. Noch. Ich habe mich verschluckt. Okay. Zeit, einen Zahn zuzulegen. Als ob du noch Reserven hättest. Wow. Was? Bis nach Hause nur noch einspurig, Brüderchen. Bleibt mal wieder nur Platz zweifelig. Hahaha. Vergegen. Pass mal auf. Wow. Bis später. Neue Nachrichten. Hot Wheels City hat Chase und Elliot gerade die Stuntgarage geschenkt. Juhu. Das ist genial, man. Ah. Oh nein. Ich habe die Kontrolle verloren. Ich werde sterben. Oh, ich stehe. Hast du gesehen? Wir haben eine Stuntgarage. Ich weiß. Das ist unser Jahr, Bruder. Eindeutig. Vorhang auf für den Untergang von Hot Wheels City. Hahaha. Verdammt. Der Senf. Dabei habe ich es extra noch aufgeschrieben. Unsere eigene Stuntgarage. Wow. Warte mal. Hast du das gehört? Ich habe nichts gehört. Ich lecker an all die Stunts, die ich jetzt machen kann. Ah. Von mir aus gerne. Oh. Bubblematic. Was war das? Das waren die Seifenglasen. Du siehst komisch aus. Das sollten wir uns wohl näher anschauen. Ein Robo-Drafe. Echt? Ein Robo-T-Rex war wohl nicht schlimm genug. Okay. Wartet doch. Wir können das Robo-Monster besiegen. Wer ist dabei? Bürger von Hot Wheels City. Lass uns T-Planet helfen und gemeinsam diesen Robo-Monster besiegen. Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ihr werdet zerquetscht werden, wie ihr wollt. Lasst mich das machen. Ich schaffe das alleine. Von mir aus? Mach sie fertig. Hop, hop, hop. Ja. Nein, nein, nein. Hop, hop, hop. Nein, 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 nein. Mal sehen, wie das Haus Robo-Sicht aussieht. Okay. Daran muss ich mich erst gewöhnen. Diese Batterie zwischen seinen Flügeln. Das muss seine Schwachstelle sein. Stelle senkrecht auf. Ich habe eine Idee. Elliot, du hast nur einen Versuch. Oh, so ist Chase leicht dabei. Hol ihn dir. Okay, das mache ich nie mehr. Bereit? Los. Ich ziehe genau auf seine Energiequelle. Was ist hier los? Hey, hey, schau mal. Ich bin im Fernsehen. Moment mal. An die Ersatzbatterie habe ich nicht gesagt. Das hier hätte ganz anders ausgehen sollen. Meine Beine flattern im Wind. Die sehen wie kleine Lenkdraffen auf. Okay. Als du erst bei der Stuntgarage bist. Der neue Burgerladen macht gleich auf. Wenn wir Gas geben, sind wir die Ersten. Ich habe zwei Mägen. Einen für Cheeseburger und einen für alles andere. Verdammt. Moment mal. Stau in Hot Wheels City? Was geht hier vor sich? Mein armer zweiter Magen. Mh, Burger. Irgendwas stimmt hier nicht. Sobald die Viper bereit ist, geht die Show los. Äh, was war das? Ich habe nichts gesagt. Doch, haben sie. Viper, Showtime. Und los. Wie auch immer. Du bist jedenfalls keine Achterbahn. Ich bin raus hier. Ja. 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 Wir müssen irgendwie diese Viper aufhalten. Und zwar sofort. Wir sollten am Schwanz beginnen und uns dann hocharbeiten. Neue Nachrichten. Die Stadtbrücke hat sich in eine Robo-Viper verwandelt. Das war der einzige Weg zum Hamburgerladen. Ah! Ähm, Viper? Danke sehr. Schön ebene Strecke hier, muss man sagen. Das ist unsere Chance. Warte einfach nur, bis ich... Ah! Oh nein! Ein riesiger Burger. Leider nicht echt. Sie ist zu schnell. Ich lenke sie ab. Wenn sie mich angreift, machst du sie kalt. Ich tu das für alle inhaftierten Burger weltweit. Sie sollen frei sein. Hier drüben, Viper. Guckt mich an. Ich bin auch gar nicht zur Ablenkung hier. Freiheit für die Burger. Der Plan hat perfekt funktioniert, Kleiner Bruder. Außer, dass wir auf der falschen Seite der Brücke sind. Was wollt ihr jetzt machen? Übers Wasser fahren? Nicht euer Ernst. Vergesst es einfach. Ich komme mit meinen Freunden wieder. Dieser Laden wird umvergehen. Das verspreche ich euch. Von welchen Freunden redet er denn? Er hat doch gar keine Freunde. Chase und Elliot haben die Stadt gerettet. Mal wieder. Irgendwie. Der Hamburgerladen feiert große Wiedereröffnung. Oh nein. Die neue Fährverbindung ist da. Achtung. Gut. Sorry, Leute. Das Bremsen sollte ich wohl noch mal üben. Hoffentlich hast du Hunger, denn du wirst meinen Staub fressen. Das Einzige, was ich esse, ist Eiscreme. Du verstehst nicht, warum sie dich immer besiegen. Vollschuhe. Echt jetzt? Was ist daran so komisch? Ihr habt keine Chance gegen Hot Wheels. Moment mal. Idee. Was denn? Es geht nach Wissen. Dein Problem, Sharky. Ich werde einfach die Kraft der Hot Wheels übertragen. Das kann schon schief gehen. Obobunster! Ha, 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 ha! Oh, Erdbeere! Schokolade! Alle drei zusammen! Komm, kleiner Bruder! Tolles neues Auto! Robo-Hai! Hey! Womit wird der nur gefüttert? Hey, wir haben unser Bestes gegeben. Lass uns hier verschwinden. Ihr könnt wohl etwas Unterstützung aus dem Wasser gebrauchen. Du kannst Gedanken lesen. Äh, das Ding eine Bremse? Achtung, es wird nass! Ha, 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 ha! Gratis-Autowäsche! Konzentriert euch! Wir haben nur zwei Versuche. Ich habe so auf 20 gehofft. Und tschüss, Chase und Elliot. Mehr Popcorn! Rammt seine Rückenflosse! Lenkt ihn ab und dann jagt ihn. Macht sie alle Platz. Ich weiß nicht so recht. Ich sollte ihn lieber eingen... Das ist jetzt unser Schicksal, Jungs! Hopp, hopp, hopp! Oh, nicht teils! Oh, ja! Juhu! Es ist heiß hier drin. Zum Glück steht mir weiß. Mwahaha! Gwahaha! Der Robohai hat Sensoren. Du musst von den Wellen abprallen, Chase. Ich tue alles für meinen Bruder. Eiswagen 1, Robohai 0. Puh, das war aber kalt. Was zur... Ich mache sonst nie Reklamationen. Rollt euch nicht zu früh, es geht ran! Der Robohai! Was? So lief das doch gar nicht ab. Ich war noch dabei. Neue Nachrichten. Wir waren auch dabei und es lief genau so ab. Deshalb hat Hot Wheels City entschieden, Chase und Elliot diese Mega-City-Park-Aranche zu spendieren. Mann, ist der Kaffee heiß. Ohohohoho! Unglaublich! Ich glaub's. Ich glaub's. Trotzdem unglaublich. Unglaublich! Wo ist meine Garage? Ohne meine Robo-Monster hättet ihr gar nichts zu feiern. Ohohohoho! Voll kranken, bitte! Okay. Schauen wir mal, wie hoch das Ding wirklich ist. Hoffentlich nicht so hoch. Ich habe Höhenangst. Ich kann es kaum erwarten, ihre Gesichter zu sehen, wenn sie diesen Typen sehen. Naja, nicht exakt diesen Typen, sondern diesen Typen als Roboter! Krone bereit! Die Kraft der Hot Wheels! Bereit! Die Kraft der Hot Wheels! Gaspedal bereit! Lichtschalter! Bereit! Lichtschalter! Bereit! Viel Strom! Bereit! Schaut euch diesen Typen an! Los jetzt! Geh raus und zerstöre! Juhuhu! Rapp! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Nein! Ja! 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 Zeit zu verschwinden! Ja! Oh Mann! Wir brauchen größere Autos! Jetzt sind wir in Sicherheit, oder? Ein Parkhaus kann er ja wohl kaum hochklettern! Ja! Der Hot Wheels-Skill-Transporter! Perfekt! Wow! Und ich nehme den Aeropod! Wir müssen schneller machen, kleiner Bruder! Ich bin dicht hinter dir Oh nein, Chase! Lass ihn raus, du überdimensionierter Föhn Wir reden nie mehr darüber Wie ich auf diesen Tag gewartet habe So etwas wie dich hat diese Stadt noch nie gesehen Noch! Ich hab mich verschluckt Okay, Zeit, einen Zahn zuzulegen Als ob du noch Reserven hättest Wow, was? Bis nach Hause nur noch einspurig, Brüderchen Bleibt mal wieder nur Platz zweifelig Vom Gegen, pass mal auf Wow Bis später Neue Nachrichten Hot Wheels City hat Chase und Elliot gerade die Stuntgarage geschenkt Juhu! Das ist genial, Mann! Oh nein, ich hab die Kontrolle verloren Ich werde sterben Oh, ich stehe Hast du gesehen? Wir haben eine Stuntgarage Ich weiß Das ist unser Jahr, Bruder Eindeutig Vorhang auf für den Untergang von Hot Wheels City Verdammt! Der Senf Dabei habe ich es extra noch aufgeschrieben Unsere eigene Stuntgarage Wow! Warte mal Hast du das gehört? Ich hab nichts gehört Ich lecker an all die Stunts, die ich jetzt machen kann Von mir aus gerne Oh, Bubblematic Was war das? Das waren die Seifenblasen Du siehst komisch aus Das sollten wir uns wohl näher anschauen Ein Robo-Drafe Echt? Ein Robo-T-Rex war wohl nicht schlimm genug Okay Warte doch Wir können das Robo-Monster besiegen Wer ist dabei? Bürger von Hot Wheels City Das sind Seifenblasen Und gemeinsam Diesen Robo-Monster besiegen Oh, yeah Das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt Ihr werdet zerquetscht werden Wie ihr wollt Lasst mich das machen Ich schaffe das alleine Von mir aus Mach sie fertig Hop, hop, hop Ja Nein, nein, nein Nein, 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 nein Mal sehen, wie das Haus Robo-Sicht aussieht Nein, 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 nein Nein, 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 nein Uh, okay Daran muss ich mich erst gewöhnen Diese Batterie zwischen seinen Flügeln. Das muss seine Schwachstelle sein. Stelle senkrecht auf. Ich hab ne Idee. Elliot, du hast nur einen versucht. Oh, so ist Chase' leichte Beute. Hol ihn dir. Okay, das mach ich nie mehr. Bereit? Los! Ich ziele genau auf seine Energiequelle. Was ist hier los? Hey, hey, schau mal, ich bin im Fernsehen. Moment mal. An die Ersatzbatterie hab ich nicht gesagt. Das hier hätte ganz anders ausgehen sollen. Meine Beine plattern im Wind. Die sehen wie kleine Lenkdraffen auf. Okay, als du erst bei der Stuntgarage bist.